Jo, willkommen zurück zu PokéMMO. Nach meinem gelungenen Sieg bei Misty, Zwinker, Zwinker, sind wir jetzt doch noch trainieren gegangen, damit die gute Tai auch ihren Orden bekommt. Mal schauen, was noch so passiert auf dem Weg zu Bill, oder? Bill ist der, der will. Lenn zeigt. Will Lenn zeigt. Ja, ich muss jetzt Lenn zeigt. So, Piki ist jetzt Level 17, wow. So, ich bin nämlich gerade, lass mich durch, du Dicker. Ich bin nämlich gerade im Kampf da oben gelandet. Irgendwie. Und dann habe ich ganz schnell gezählt. Hallo, mein Freund ist cool. Uiuiuiuiui. So. Nidoran. Mein Freund ist cool. Man. It's cool, man. It's cool, man. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Was denke ich da eigentlich? Keine Ahnung, was ich da wieder tue. Oh, schön. Ehrlich. Echt, das geht wieder los. Das liegt an den Kopfschmerzen. Das kann keinen anderen Grund haben. Ehrlich. Ah, schön. So, Piki. Oh, Piki ist ja immer noch vergiftet, ne? Oder wieder. Oder jetzt gerade eben. Ähm, es lohnt sich aber eigentlich gar nicht. Nein, jetzt habe ich ein Gegengift eingesetzt. Oh, lecko, grando. Oh, ja gut, okay. Ich wollte das eigentlich nicht einsetzen, aber... Ich bin... Ich habe Kopfschmerzen, ja? Ja, kann man das ja mal machen. Ja. Ich habe dir übrigens von die Zunge rausgestreckt, als du gesagt hast, dass du schon den Orden hast. Es ist ja nicht so, dass ich es dir nicht gönne, aber ich möchte auch. Den kriegst du. Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Zur Not gebe ich dir meinen Pikachu rüber. Nee. Nein? Nein, danke. Das wäre dann zu einfach für mich. Das wäre zu einfach. Ja, ich muss jetzt... Ich will mein Piki ja eh hochziehen. Und ich will es aus eigener Kraft schaffen. Darum war ich auch so frech und bin schon früher rauf und habe jetzt wenigstens noch Gerda Zucadabra gemacht, ne? Da, wo ich essen war, oder? Ja. Ich habe gerade genickt und dann fiel mir ein, du siehst es ja nicht jetzt. Süß, süß, süß. So. Normalerweise ist es doch so, wenn man gerade ein Pokémon besiegt hat bei einem Trainer, wird man doch gefragt, ob man das Pokémon auch wechseln möchte. Kennst du es noch? Ja, aber hier irgendwie nicht. Nee, das finde ich so ein bisschen schade. Aber nur ein bisschen. Ja, Glutexo, äh, also Glumanda räumt ja voll ab, ne? Ja, meiner ist nicht wirklich so. Ich habe gerade fast jeden Trainer, außer die blöde Wanderer, äh, mit Pikachu. Ja, aber ich müsste eigentlich gleich nochmal als Center. Aber Pikachu macht's auch nicht mehr lang. Ja. Weil Pikachu ist gehittet ordentlich und Glutexo halt auch. Und, ähm, ja, ich glaube, ich muss nach diesem Kampf einmal wieder runter. Ja gut, äh, ich nutze einfach das dann, wenn Pikachu tot ist, um einen Top-Roger zu trainieren. Ja. Stimmt, du machst es ja anders als ich. Hm. Oh, ich drücke mal den verkehrten Knopf, das nervt mich. So. Ich bin mal weg. Bis später. So. Di, di, di. Di, 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 di. Ich bin übrigens schlau gewesen. Irgendwann geht mir die Musik auf Dauer auf den Keks. Ja? Hast du die Musik ausgemacht? Ja, während ich heimlich trainiert hab, ja. Ja, ich wollte dich vorher schon ausflippen, irgendwie. Kann man machen. Ich hab ja die Musik relativ leise. Ne, ich hab sie ja, ähm, der Aufnahme angepasst. Und, ähm, ja. Aber wenn dieser Hund jetzt bitte mal aufhören würde zu blähen, ne? Das riecht wie so ein Stinkekäse. Keine Ahnung, wie kann ein Hund nach Stinkekäse riechen? Oh. Wie geil. Mhm. Oh. Ich versuche den Gestank wegzupusten. Oh. Das ist nicht geil. Die liegt ja unten zu meinen Füßen. Oh, das schlägt mir richtig auf den Magen, ne? Voll geil. Und sie schnarcht da unten auch und, äh, also, äh, und das Ding ist so von, als ich noch alleine hier trainiert hab, ähm, jetzt ist, ach Gott sei Dank, ich dachte schon, Pikachu ist so. Ich kann mich kaum konzentrieren, ey. Oh, mir ist richtig schlecht. Da hat sie's auch schon gemacht und dann bin ich immer geflohen. Boah, schade, dass du's nicht riechen kannst. Äh, das will ich gar nicht. Warum nicht? Ist dir zu unlangbar? Ich hatte selber zwei Hunde. Ich kenn das. Ach so. Oh, Pikachu hat ein Level up. Mein Pikachu ist jetzt weg. Jetzt hab ich nur noch Tauboga. Ich hab mal Heuler weg und Donnerwelle dafür gelernt. Oh, ich hör dich nicht. Ich sagte, das hab ich auch so gemacht. Ja. Ah, super. Gut. So. Ach, du bist schon da hinten, du Schlingel, doch. Hm. Woher war er denn, ey? Da rannte er ja wie ein Kloppi im Kreis. Wo? Mein Tauboga lernt der Drachenattacke. Oh, nice. Voll geil. Ja. Ähm. Gerda. Guck mal her, Gerdi. Ey, Gerda ist echt riesengroß, ne? Oh, Gerda ist Level 19. Sehr schön. Eakens. Snarker. Die werden so schnell gehittet. Das ist ja also unglaublich. Wir können ja gar nichts vertragen. Schön, dass du auf mich wartest, du frecher Mann. Ich warte doch auf dich. Hier bin ich. Kuchst du? So, und das Gerät hier sieht aus wie ein Schweinchen. Meine Freundin hat sollen dieses Programm an. Ich bin furchtbar neidisch. Ein Taub sieht zwei Mirabla. Gut. Taub, sie mache ich mit Piggy platt. Das kann Piggy nämlich gut vertragen. Oh Gott, was schnarcht da. Und das führe ich sogar durch die dicken Kopfhörer. Und ja, ich bin immer noch unglücklich, weil ich andere Kopfhörer habe jetzt im Moment. Ich habe voll viele hier rumliegen. Ich habe hier, warte mal. Ich habe hier diese Logitech-Teile. Und das erste Paar davon ist ziemlich schnell kaputt gegangen. Das war dann, die, die ich jetzt hier hängen habe, die sind dann auch nach kurzer Zeit super schnell kaputt gegangen. Und das fand ich, also, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich mir so eine, ich brauchte jetzt erstmal was, was schnell geht, weil ich kam mit den anderen jetzt nicht mehr zurecht, weil kannst ja nichts hören und so. Und meistens, also entweder geht der Akkuhammer schnell kaputt oder da drin ist irgendwas gebrochen in den Kopfhörern und das hat dann immer so hin und her, ist da irgendwas drin hin und her geflogen. Und dann oben, wenn du sie so an dem Knopf, an dem Schalter angemacht hast, dann war das so, dass du hast keinen richtigen Sound durchgekriegt, bist du immer, du musst es immer an, aus, an und aus machen. Und das war, also, das war ganz furchtbar und so. Und jetzt habe ich mir halt so vorübergehenderweise erstmal so eine 50-Euro-Kopfhörer gekauft, damit ich überhaupt irgendwas hören kann, ne? Also, blöd. Sehr blöd. Und irgendwann kaufe ich mir dann auch nochmal Anständige. Piggy ist tot. Ach so, ja, klar bist du bei Bill. Er ist so blöd, ne? Ne, ich helfe dir nicht. Ich gehe in den Teleport und du stattest das bla bla bla, bla bla bla. Baby-Dialidial-Dialidial-Dialidial-Dialidialidial-Dialidialidial-Dialidialidial-Dialidialidialidial. Jo, ich habe was gut bei ihm. Ja, Boots-Ticket. Oh, da können wir auf jeden Fall Pikachu richtig gut trainieren. Ja, äh... Oh, ist erst Misty. Ja. Dann wird wieder runterkommen. Ja, ich müsste dann... Ich teleportiere mich mal. Oh, schon wieder falscher Knopf. Ich muss trainieren. Das ist doch kacki mit Pupa-Lala. Ich kann dir meinen Pikachu geben. Nein. Welches Level hat dann meins jetzt? 18. Welches hatte deins? Bei Misty? Ja. Äh, es war, glaub, 20 oder 21. Ich geh mal links rüber ins Feld. Es nützt ja nichts. Aber mein Pikachu hat voll versagt, ne? Schön. Katabra hat mich gerettet. Ja gut, also wenn ich jetzt mit Pikachu wenigstens ein bisschen was reißen kann, wär ich ja schon froh. Und nur mit Katabra, also mit Gerda, daran weiß ich nicht. Weißt du, was ich mein? Nein, also ich würde mich jetzt nicht die ganze Zeit auf Katabra verlassen. Ne, der hat mich halt gerettet. Ich hab mich eigentlich eher auf Pikachu verlassen. Weißt du was? Du kannst mir mal dein Katabra und dein Pikachu gehen. Und ich geb dir in der Zeit meinen Katabra. Ich will jetzt in Ordnung, ich will jetzt weiterkommen. Verdammt. 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 Ja, ich steh vor der Arena. Ich bin gleich da. Ach ne, die war ja oben. War die oben? Ne. Die war hier neben dem Progistender. Ja. Da bist du. Hallo. 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 Ach so, handelst du schon oder ich handel dich mal an, ja? So. Warte mal, hast du mir grad Katabra da reingeben, oder? Ja. So. Gut, dann geh ich sie jetzt einmal platt machen. Nein! Soll ich abbrechen? Warum? Soll er sich entwickeln? Nein, 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 nein. Abbrechen. Okay. Das, äh, ja. Ich hab jetzt einen halben Herzinfarkt bekommen. Oh Gott, du hast das auch erst nicht gerafft, ne? Ne, gar nicht. Oh, ich kriege hier einen Herzschlag. Hundeblähung und Herzschlag, ehrlich. So hab ich noch nie Pokémon gespielt, dass ich mir ein Pokémon von einem anderen geholt habe, um, um jemanden in der Arena zu besiegen. Ich mach's fürs Let's Play. So. So. Wieso muss Aquavaila immer zuerst drankommen? Blöd. Pikachu wurde besiegt. Hm. Ich nehm mal Gerda. so Gerda. So, Gerda. Ach, Gerda kann ja nix. Ah, ich verhack's schon wieder, ey. Ich verhack's schon wieder. la 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 la. Ähm, ich nehm jetzt mal hier... hoffentlich überlebt sie. Sonst muss ich gleich nochmal rein. Verdammte Kacke. Was soll das mit deinem blöden Sternschauer, ey? Ehrlich? Toll! So, Kadabra. Ähm... Diese Aquavaila ist so ätzend nervig. Übertrieben sogar. Ja. Jetzt ist dein Kadabra verwirrt. Und... Jetzt hat meine auch. Ah. Das Problem ist halt, Psychstrahl ist halt nicht so stark bei, äh... dem Kacktisch. Ich hab, äh... Ich hab Stami mit Konfusion den Rest gegeben. Psychstrahl hat er erst nach dem K.O. von Stami gelernt. Oh. Mal gucken. Ja, dein Kadabra ist tot. Nein. Ja. So, Felix. Komm, Felix. Felix macht es jetzt. Der setzt ja immer zuerst Aquavaila ein. Ich hab auch keinen Beleber oder sowas. Aber Felix hat es ausgehalten. Komm, gib ihm. Gib ihm. Ah. Wenn er jetzt überlebt und... Wieso setzt sie immer irgendwelche... Tafel... Warum gibt's hier dem blöden Ding immer was? Ich hab nix. Wobei Stami, oder? Ja. Komm, Felix. Oh nein. Fast tot. Verwirrt. 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 Ich muss da echt ansonsten erst mit Pummel-Luft rein oder so. Mach's jetzt bitte tot. Ja, Stami ist weg. Lecko, Grando. Entschuldigung, wenn ich so schlecht spreche, aber der regt mich auf. Mit Elektro... Was kommt jetzt? Goldini oder Sterndo? Äh, Sterndo. Ich dürfte, glaub, einmal Elektroball rein. Aber er ist auch nicht mal verwirrt. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt noch Goldini, Goldini. Goldini, Goldini. Einmal Elektroball reicht. Ja. Oh, es ist eigentlich cheatend, deine Pokémon zu benutzen, oder? Nee, ist doch ein Multiplayer-Spiel. Ich fühl mich schlecht. Ich wollt's eigentlich alleine schaffen. Aber ich hab den Orden. Ja, Glückwunsch. GG. Ich werde auf der MSN, werde ich Pikachu sowas von hart durchtrainieren. Wir können jetzt aber wenigstens den Zahaka benutzen, ne? Den können wir benutzen, ja. So, Teleport einsetzen. Ach, ich bin... Hehe. So, ich glaube, ich muss niesen. Ich heil erst mal deine, äh, Pokémon. Bla, 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 bla. Ja, ja, also vielen Dank, aber... Ech, ja, ich bin doch ein wenig so, mhm... So, Handel. Vielen, vielen lieben Dank, du. Und, ähm, denk dran, du musst sofort abbrechen bei Kadabra, ne? Ja, mach ich. Vielen Dank, Felix. Du warst super. So, abbrechen. Gut. So, komm mal her, Kapador. Das ist so blöd, ehrlich. Warum habe ich eigentlich Zahaka gesagt, wenn es Zerschneider heißt? Ja, ähm, soll ich mir vielleicht noch Tränke kaufen? Auf der MSN ist es vielleicht, glaube ich, ratsam, oder? Da gibt's ein Poker-Sender, im Zimmer kannst du ins Bett gehen zum Heilen. Okay, ja, dann ab die Post. Wir haben noch... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge auf der MSN. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.